Ich lade da gerade einen Film hoch, ich rede aber, wir haben jetzt einiges erlebt, ich mache jetzt eben gerade Nachgespräche, was ich nach vorne setze. Das ist ein Dierksheim-Monster, das Ding ist ja schon bekannt, wir haben ja hier viele Fans da mit dem ganzen Quatsch, was wir hier treiben, und die sehen immer mal das Motorrad im Hintergrund, dass da nichts passiert und wie auch immer, wir haben ja immer einen Haufen Arbeit. Aber jetzt, so um die Nikolaus-Zeit, ist was passiert und jetzt jahre ich das Ding hoch, der Film ist noch lange nicht fertig und das Motorrad ist echt der Abenteuer vom Allerfeinste. Und wir machen das dann so, wenn das Motorrad dann wirklich mal fertig ist, mache ich natürlich einen extra Film. Und der Film, das gibt nicht so einen 5-Minute- oder 10-Minute-Film, den, ich weiß doch nicht, ich glaube, ich lasse ein Original laufen, der geht mit Sicherheit eine Stunde, also das ist echt Kino-Seite. Wir haben ja die Filme zusammengeschnitten bis jetzt immer, da ist ja nicht alles drauf, aber wenn das Ding mal richtig fertig ist, eine Stunde, könnt ihr euch Zeit nehmen. So, jetzt zeige ich euch die Aktion von der Woche. Guckt einfach. Eigentlich ein Scheiß-Tag für mich und für ein elektriger Auto, der hatte mich den ganzen Tag draußen gearbeitet mit Spülmaschinen, nee, was heißt so, Waschmaschine, Spülmaschine? Spülmaschine, hat auch nicht geklappt, also hat auch einen Hals und ich habe auch einen Hals, weil hier an dem Ding da war auch nicht so. Jetzt, der Dirk ist heute nicht da, ausgerechnet heute ist der Dirk nicht da, wir zwei sind motiviert und gucke jetzt, ob seine Super-Honda mal anfängt, ein Fatz. Wir machen jetzt noch ein bisschen damit die Funke da ist und dann sprühen wir ein bisschen Benzin hinein, wenn wir Glück haben, läuft sie, wenn wir kein Glück haben, löschen wir den Film. Wir machen jetzt mal den Film-Test, okay? Dann machen wir mal so. Ich habe noch ein Bild vorgehalten. Das war wirklich nix. Du hast doch hier mit dem Ding es an dem Dreh noch geklemmt, nicht groß. Also wer ist jetzt da? Ja, ich habe auch noch gepaart, Robert. Dann gucken wir mal, was machst du gerade, wo man schon hat. Das tut sich halt nicht vor, jetzt. Erste Mal wieder. Ich stelle, ich glaube, das ist nicht so richtig. Minus ist vorn. Ja. Kein Punkt. Der Pass, aber das ist jetzt auch nicht angeklemmt gehabt. Da muss ich ja nur ein Geläten, dann muss ich es durch hier. Und schau doch noch. Punkt. Einen drauf. Oh, der ist schon heiß. Der ist schon heiß. Da ist kein Wasser da. Der ist schon heiß. Da ist kein Wasser da. Der ist gleich verbrannt. Der ist gleich verbrannt. Der ist schon heiß. Der ist schon heiß. Der ist schon heiß. Der ist schon heiß. Ich habe schon 给 deg' den Dollar. Aufmerksamkeit. Batterie zu schwach. Habe ich noch irgendwo ein. Das hängt unab der Tonne. Hammer rein. Noch ein Versuch. Also ich habe es jetzt nicht gefilmt, wir haben jetzt eine andere Zügeplatte noch reingemacht. Ich hoffe, dass es das war. An die Blumenkups. Die Blumenkups. Die Blumenkups. Die Blumenkups. Die Blumenkup�. Die Blumenkups. Die Blumenkups. Die Blumenkups. Jetzt Cald. Mit dem habt ihr eigentlich kein Problem. Ne, auch hier drüben. Ich habe die Trostklappe noch zu. Wenn ich die aufhabe, dann... Ich habe doch die Lockerwelle nicht um den Zahnverkehr eingestellt. Nur das ist warm. Das ist richtig warm. Aber da habe ich extra wichtig. Da zieh ich gar nicht. Neue Fertile, Kopf ist neu gemacht. Dreh nicht. Du hast jetzt Kabeltechnisch nochmal den Original Kabelbaum. Ja. Man hat ja hier nur Standgas. Das wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Also, ein Versuch. Moment. Ich muss selber nochmal probieren. Ich mache jetzt mal ein bisschen Stapelung rein. Ja. Was auch das jetzt tut, du weißt ja. Äh... Blüner zu bösen Erwicht. So, ich suche mal ein Blöttchen. Alles gut? Ja. Auf geht's auf. So. So, ich muss gut sein, ich zumal die Blöttchen. Und jetzt nochmal so auf einiger Teil des Stapels. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020